Ja, Moinsen, da bin ich auch schon wieder. Ja, so, diesmal wird das jetzt ein etwas längerer Test, noch ein etwas längeres Video und so. Wie man schon sieht, soll es um die Frage gehen, woher kommen Viren? Ja, und wie gesagt, das gucken wir uns jetzt einfach alles mal so ein bisschen an. Und ja, wie gesagt, bis gleich, ne? Also, wie gesagt, soll es um die Frage gehen, woher kommen Viren? Und da, ja, gucken wir einfach mal uns ein bisschen ins Detail an, also, ne? Die ganze Vorstellung davon und so weiter. Also, wo kommt das alles so her, diesen ganzen Gedönsen? Denn für diese Vorstellung, also, dass bestimmte von außen angreifende Mikroben selbst schwerste Leiden wie Aids, also ein Immundefekt, Hepatitis C, diesen Leberschaden oder eben aktuell Covid-19, also eine Lungenentzündung, verursachen, ist der Mensch überaus empfindlich. Was zum einen daran liegt, dass ein solches Denkmodell ein sehr simples ist und wie für Psychologie und Kommunikationsforschung herausgefunden haben, hat der Mensch eine Vorliebe für einfache Lösungskonzepte, nicht nur in einer Welt, in die immer komplizierter zu werden scheint. Zum anderen ermöglicht ein solches Feindbilddenken, so kann man das ja mal nennen, dass man die Verantwortung für seine Krankheit einfach loswerden kann, indem man sie einem Pilz oder einer Bakterie oder eben einem Virus abschiebt oder anlastet. Das ist in gewisser Weise eine Ableitung der Säftelehre, also gerade bezogen auf das Impfen, bei der gesagt wurde, dass ein Ungleichgewicht der verschiedenen Säfte im Körper eine Krankheit auslöst. Es gibt eben Gelenkflüssigkeiten, Augenflüssigkeiten, Schweiß, Verdauungssekret, Blut, Gehirnflüssigkeit, Rückenmerksflüssigkeit und so weiter und so fort. Und die Vorstellung war jetzt, dass ein Ungleichgewicht dieser Säfte zur Entstehung von Krankheitssäften führt. Also begann man kleinere Mengen Gift zu konsumieren, um damit die Bildung eines Gegengiftes im Körper anzuregen. Hauptsächlich verantwortlich dafür waren die Beobachtungen beim Alkoholkonsum. Alkoholkonsum. Alkohol ist ein Gift und Leute, die es regelmäßig konsumieren, vertragen deutlich mehr davon, als Leute, die ihn nie konsumieren. Durch das ständige Training, quasi durch den Konsum von Alkohol, werden die Enzyme im Körper schneller bereitgestellt, den Alkohol schneller abbauen und abtransportieren können. Also einfach eine Art Training, funktioniert auch bei Schlangengiften und sowas. Der Glaube bestand und besteht eben nun darin, dass man durch die eventuell regelmäßige Einnahme eines Giftes in den Körper, den Körper dazu bringt, ein Gegengift, einen Gegensaft quasi zu produzieren. Wenn dann nämlich von außen dann das Gift plötzlich in hohen Dosen oder in einer hohen Konzentration, wie auch immer, kommt, hat der Körper schon diesen Gegensaft, dieses Gegengift parat. Napoleon zum Beispiel. Es wurden derartig hohe Mengen von Arsen zum Beispiel in seinen Haaren gefunden, dass man ruhig spekulieren kann, dass diese Menge unter anderem durch eine regelmäßige Einnahme des Giftes natürlich in kleinen Dosen mitverantwortet wurde. Immerhin gab es genau diese Art der Leere und Napoleon hatte ja recht viele Leiden, die äußerst dubios behandelt wurden. Das funktioniert aber absolut nicht bei allen Giften und ist abhängig von dem Toxin. Blei zum Beispiel häuft sich einfach über die Zeit an und fertig ist die Laube. Die Leber zu konditionieren, schneller auf Alkohol zu reagieren, ist das eine, aber gerade nicht-biologische Substanzen wie Flusssäure oder Schwermetalle oder ähnliches tun sich schwer mit dieser Methode. Das Problem ist halt, dass man bei keiner einzigen Krankheit, abgesehen natürlich von Vergiftungen, Gifte nachweisen kann. Es gibt, um es mal salopp zu formulieren, kein Grippegift im Körper, das man verantwortlich machen könnte. Man kann auch kein Durchfallgift, Migränegift oder Lungenentzündungsgift nachweisen. Bakterien können Gifte produzieren, aber eben nur in Leichen bzw. unter Ausschluss von Sauerstoff. Wir haben zum Beispiel die vielbeschworene Darmflora in uns, also kennt ihr da die gute linksdrehenden Aktivkulturen? Naja, wie auch immer. Also jede Menge Bakterien quasi im Darm, die für alles Mögliche gut sind. Nach dem Tod jedoch und wenn der Sauerstoff ausbleibt, stellen einige ihren Stoffwechsel um und fangen an, Toxine zu produzieren. Hefebakterien, die wir ja auch in unserem Darm haben, die eben dort ungefährlich sind, können ebenfalls erst- oder Sauerstoffausschluss diesen Alkohol produzieren, den wir ja haben wollen. Deswegen hat man auch Pestleichen als biologische Waffe über Mauern geworfen und hat keine, ich sag mal, Selbstmordattentäter verwendet. Also, denn die in den Leichen gebildeten Toxine sind um ein Vielfaches infektiöser als infizierte Personen. Das Leichenwasser ist zwar in der Regel nicht ansteckend, also wenn man es berührt, also mit Hautkontakt und sowas passiert eben einfach auch nichts und auch einatmen kann man das. Aber bei oraler Aufnahme, also wenn man es schluckt oder auch gerade bei Injektionen, kann es sehr wohl zu heftigen Erkrankungen und sogar zum Tod kommen. Dasselbe gilt für Hautverletzungen, also wenn man eine Hautverletzung hat und dann ist natürlich dasselbe. Besonders wenn die Leiche zuvor selbst eben mit einer solch heftigen Erkrankung wie der Pest erkrankt war oder daran verstorben ist. Nichts anderes als mit der Säftelehre verhält es sich im Prinzip mit der Vorstellung von den todbringenden Mikroben. Natürlich können einige Schaden anrichten, doch wer nicht fragt, warum das so ist und welche Rolle das individuelle Verhalten spielt, sondern schlichtweg beim Fingerzeig auf diese kleinen, miese Peder stehen bleibt, der handelt einfach zu kurz und denkt viel zu kurz. So funktioniert das einfach nicht. Also dieses Sündenbockdenken hat die Menschheit ja nun tatsächlich sehr oft schon irre geleitet, ob nun eben im Privaten, in der Wirtschaft, in der Politik oder wie auch immer. Also auch vermeintliche Experten sind übrigens nicht davon ausgenommen, um das mal klar zu sagen. Um es mal mit den Worten von René Dubois, Mikrobiologe und Pulitzerpreisträger zu sagen, ob es nun die Methode ist, die Tiere in der Wildnis tötet oder diejenige, die Bakterien in der Darmflora killt, es ist immer riskant, sich in die natürliche Balance der Naturkräfte einzumischen. Wir kennen das ja, rottet man schnell irgendwo ein bestimmtes Tier oder sowas aus, dann nehmen andere deren Platz ein und oft genug sorgt dieses für Ungleichgewichte, die letztlich eine gesamte Landschaft oder eine Flora und Fauna quasi nachhaltig verändern oder richtig zerstören können. So ist das eben auch bei Bakterien oder eben diesen sogenannten Viren. Medizinische und biologische, genau wie soziale Realitäten, sind eben nicht so einfach aufgebaut, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Die Welt und vor allem die lebendige Welt ist schier zu komplex. Der Mensch ist auch kein aristotischer Gott, der die gesamte Existenz umfasst. Er ist ein Geschöpf mit einer Entwicklung, das gerade ein Bruchstück der Wirklichkeit erfassen kann, wie es die Sozialpsychologin Elisabeth Nölle-Neumann in ihrem Buch formuliert oder in einem ihrer Bücher formulierte. Die meisten Ärzte zum Beispiel haben selber kaum mehr als ein Laienverständnis oder sowas für die Konzepte, die sich da am Horizont dieser Molekularbiologie so ein bisschen unter der ganzen Erforschung der Mikroben und wie sie die ganzen Zusammenhänge und die Entstehung und sowas abzeichnen, dafür haben halt die meisten kaum eine Vorstellung oder eben nur eine Laienvorstellung. Entsprechend würden auch tatsächlich die meisten Mediziner mit offenem Mund dastehen, wenn sie einem die unverwechselbaren Charakteristika von sogenannten Retroviren, wie zum Beispiel HIV oder auch das jetzt so berühmt gewordene Coronavirus oder die Funktionsweise dieser Polymerasenkettenreaktion, also dieser PCR, beschreiben sollten. Das können gar nicht so viele, wie man das vielleicht glaubt. Zu PCR kommen wir noch gesondert, weil sie auch in den 90ern quasi zur Schlüsseltechnologie der Molekularbiologie wurde und auch entscheidend dazu beitrug, dass man geradezu in der ganzen Welt oder dass man jetzt eben in der ganzen Welt in diesen Covid-19-Quarantäne oder eben so einen Corona-Lockdown gesteckt hat oder die ganze Wirtschaft runtergefahren hat und sowas. Und da ist eben so ein PCR-Test maßgeblich für mitverantwortlich. Die Unwissenheit und auch der Wunsch nach einer Übervereinfachung reicht nicht nur in andere Wissenschaftsbereiche, sondern eben auch weit in die Medizinwissenschaft hinein. Doch mit dieser Übersimplifizierung wird man diesen Geschehnissen, also den ganzen Abläufen und Zusammenhängen in der für uns fast unsichtbaren Miniwelt von Zellen und Molekülen alles andere als gerecht. Die belebte Welt, im Großen wie im Kleinen, ist eben viel komplexer, als uns die Medizinwissenschaft und auch die Medizin allzu oft weismachen wollen. Die Vorstellung, eine Krankheit, ein Erreger als Ursache und eine Wunderpille oder eine Wunderimpfung als Lösung, ist einfach viel zu simpel. Ja, das ist so, also da kommt man sich manchmal vor oder man könnte sich fragen, ob das die gesuchte Wissenschaft ist quasi, in der endlich Simplex Signilum Veri ist, so wie das quasi auf Latein heißt. Das heißt einfach übersetzt, also dass das einfache, das Gütezeichen des Wagen ist. Das könnte man sich ja hier schon fast schon so fragen. Das ist einfach alles sehr versimpelt und fertig ist, die Laube. Der Versuch, eine Symmetrie und eine Einfachheit im Leben im Gewebe der Welt zu finden, hat zu völlig falschen Schlussfolgerungen geführt, nicht nur in der Medizin. Der Biochemiker Erwin K. Graf formulierte es so, es gibt sogar einige Leute, die glauben, dass das, was jetzt Molekularbiologie genannt wird, alle Wissenschaften vom Leben umfasst. Aber das trifft nicht zu, außer in dem oberflächlichen Sinne, dass alles, was wir in unserer Welt sehen können, irgendwie aus Molekülen zusammengesetzt ist. Aber ist das alles? Können wir die Musik beschreiben, indem wir sagen, dass alle Instrumente aus Holz, Blech und so weiter bestehen und dabei die Töne auslassen? Also ich persönlich finde, das trifft es ganz gut, weil wir können uns zwar das alles halt angucken, die Details angucken, aber wenn wir uns das Ganzheitliche nicht ansehen, bringt das tatsächlich relativ wenig. Die Biologie, also die Wissenschaft des Lebens, schafft es ja nicht einmal, ihre eigenen Forschungsgegenstand zu definieren. Wir besitzen keine wissenschaftliche Definition des Lebens, so hat es eben auch schon der gerade erwähnte Biochemiker festgestellt, höchstens eben eine philosophische. Und in der Tat, die genauesten Untersuchungen werden in der Medizinforschung an Totenzellen und an Totengewebe gemacht. Ein Phänomen, das besonders in der Bakterien- und in der Virusforschung, also überhaupt in der gesamten pharmazeutischen Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen, an jeder Ecke angetroffen wird. Das ist übrigens ein Riesenproblem, denn Gewebeproben im Labor und bei diesen ganzen Experimenten werden mit allen möglichen, oft hochreaktiven Chemikalien traktiert. Daraus kann, darf und sollte man keine verbindlichen Rückschlüsse auf die lebende reale Welt ziehen. Tut man aber leider eben oft, viel zu oft. Und dann fängt man auch gleich sofort an mit der Produktion von irgendwelchen Impfstoffen und Medikamenten. Wenn man aber herausfinden möchte, was genau Mikroben auf Zellen- und Molekularebene beim lebenden Menschen oder Tier so alles anstellen, müsste man jede Mikrobe mit kleinen Nardokameras hinterher flitzen und da immer alles mitfilmen und sowas. Das ist natürlich unmöglich. Und selbst wenn das klappen sollte, dann hat man immer noch nicht die Gesamtheit der körperlichen Prozesse, also der körperlichen Geschehnisse erfasst. Mit der Fokussierung auf Mikroben und der Anschuldigung, sie seien die primären und alleinigen Krankheitsauslöber, Löser übersieht man, gewollt oder nicht, wie sehr die Geschehnisse und die Zusammenhänge in unserem Körper vernetzt sind. Das ergibt sich alleine schon aus der Mannigfaltigkeit der Einflussfaktoren auf das persönliche Wohlbefinden. Diese reichen ja von Umwelteinflüssen und medikamentösen Nebenwirkungen über die Ernährung bis hin zu psychischen Faktoren und so weiter und so fort. Jeder weiß ja, wird über lange Zeit viel zu wenig frisches Obst und Gemüse gegessen und stattdessen viel zu viel Fastfood, Süßigkeiten, Kaffee, Schokodrinks oder eben Alkohol und andere Drogen, so wird dies über kurz oder lang die Gesundheit ruinieren. Das hat schon Oma gewusst. Wobei ich persönlich da jetzt sicherlich keine Vorbildfunktionen einnehmen sollte. Das wurde zum Beispiel 2004 in dem Kinofilm Super Size Me anschaulich dargestellt. In dem Film hatte der Amerikaner Morgan Spurlock 30 Tage lang nur Fastfood von McDonalds konsumiert. Also nur Cola und Burger, um es mal so zu sagen. Das Ergebnis? Er nahm fast 12 Kilo zu. Seine Leberfettwerte glichen denen eines Kranken und er wurde herzkrank, depressiv und litt unter starken Kopfschmerzen und Erektionsproblemen. Die Natur funktioniert als ganze seit Jahren Milliarden und mit unübertroffener Präzision. Mikroben und Menschen sind Bestandteil dieses kosmologischen und ökologischen Systems. Wenn der Mensch mit seiner Technik und der Natur in Harmonie leben will, hat dies zwangsläufig zur Folge, dass er die dahinterstehenden Gesetzmäßigkeiten immer besser verstehen und richtig anwenden muss. Überall dort, wo er das bisher nicht getan hat, führt dies zu vielen angeblich unlösbar gewordenen Umwelt- und Gesundheitsproblemen. Der berühmte Arzt Rudolf Virchhoff hatte bereits schon 1875 gefordert, dass der Arzt nie vergessen sollte, den kranken Menschen als Ganzes aufzufassen. Der Arzt wird eine Krankheit kaum verstehen können, wenn er den Menschen, seine Natur und seine Umgebung nicht in seine Überlegungen mit einbezieht und alles eben in Zusammenhang setzt und alles im Zusammenhang auch betrachtet. Ohne das Auftreten von Bakterien wäre das menschliche Leben gar nicht möglich. Selbst nach gängiger Evolutionslehre standen Bakterien am Anfang der Evolution hin zu uns Menschen. Bakterien können gut ohne Menschen leben, der Mensch aber nicht ohne Bakterien. Dennoch behauptet die herrschende Medizin seit Ende des 19. Jahrhunderts, als Louis Pasteur und Robert Koch zu Helden erhoben wurden, dass diese Organismen die großen primären und alleinigen Krankheits- und Todbringer seien. Dabei sind schon einige Stunden nach der Geburt alle Schleimhäute eines Neugeborenen von Bakterien besiedelt. Die wichtige Schutzfunktion übrigens erfüllen. Ohne diese Kolonien von Milliarden Keimen könnte kein Kleinkind der Welt überleben. Aber wir fressen eben gerne Antibiotika und sollen uns möglichst alle desinfizieren und so weiter wegen diesen ganzen gefährlichen Bakterien. Bakterien ist klar. Sakrotan-Werbung. Hinzu kommt, dass nur ein ganz geringer Teil unserer, also auf und in unserem Körper befindlichen Bakterien überhaupt erst entdeckt wurde. Allein im menschlichen Verdauungstrakt sind die Forscher auf rund 100 Millionen Mikroorganismen gestoßen, die es zusammen auf ein Gewicht von bis zu 1 Kilogramm bringen. Das heißt auch, dass die mehr als 1000 bekannten Arten von symbiotisch zusammenlebenden Mikroben wahrscheinlich mehr als 100 Mal so viele Gene besitzen wie der Wirt, also wir selbst. Der Mensch ist in gewisser Weise also sogar mehr oder weniger eine Minderheit im eigenen Körper. Die Ernährung hat, wie eigentlich auch jeder weiß, einen maßgeblichen Einfluss auf viele Krankheiten, indem sie die komplexe Kommunikation zwischen den 100 Billionen Mikroorganismen im Darm moduliert. Doch leider genoss das Wissen darum, dass Mikroorganismen auch für den Menschen sehr viel Gutes tun, nie sonderlich große Priorität, so der schon erwähnte Mikrobiologe und Pulitzerpreisträger René Dubons. Der Mensch hat es sich zur Regel gemacht, sich mehr um die Gefahren, die sein Leben bedrohen, zu sorgen, als sich für die biologischen Kräfte zu interessieren, von denen die Menschheit in ihrer Existenz so entscheidend abhängt. Die Geschichte des Krieges hat auf die Menschen immer mehr Faszination ausgeübt als Beschreibungen der friedlichen Koexistenz. Aber haben nicht Antibiotika vielen Menschen geholfen oder gar das Leben gerettet? Da braucht man ja nun, oder das muss man ja nun auch wirklich nicht anzweifeln, das ist halt so, das ist Fakt, um es mal so zu sagen. Doch zunächst bleibt da einfach festzuhalten, dass erst am 12. Februar 1941 der erste Patient mit Antibiotikum, nämlich Penicillin, behandelt wurde. Sprich, Antibiotika können mit dem Anstieg der Lebenserwartung in den Industrienationen, der Mitte des 19. Jahrhunderts und damit fast ein Jahrhundert vor dem Antibiotikum richtig einsetzte, nichts zu tun haben. Davon abgesehen wird mit der Verabreichung von Antibiotika auch reichlich Leben getötet, darunter auch die lebensnotwendigen Bakterien. Das Wort Antibiotikum kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt daher auch gegen das Leben. Damit ist zwar das Leben der Bakterien gemeint, aber da wir ohne sie nicht überleben können, richtet es sich im Endeffekt auch gegen den Menschen selbst. So hat die leichtfertige Vergabe von Antibiotika auch schwerwiegende Konsequenzen. Erhöht sie doch die Sterblichkeit der Bevölkerung. Hinzu kommt, dass immer mehr Bakterien gegen Antibiotika resistent werden. Schon 70% der für Lungenerkrankungen verantwortlich gemachten Mikroben reagieren heute unempfindlich auf diese Präparate. Die Zunahme von solchen Resistenzen veranlasst die Pharma-Branche natürlich dazu, intensiv nach neuen Antibiotika zu forschen. Doch leicht ist das eben nicht. So kommt es dann auch, dass es seit mehreren Jahren kein wichtiges neues Antibiotikum mehr auf den Markt gibt. Es werden lediglich stärkere Mittel oder stärker wirkende Mittel eingesetzt, was den negativen Effekt hat, dass die Bakterien noch resistenter werden und teilweise noch toxischer. Vor allem aber ist die derzeit so relevante Frage, was denn eine Lungenentzündung eigentlich genau verursacht, noch überhaupt gar nicht angefasst worden. Bakterien und andere Mikroben einfach zu generellen Todfalten abzustempeln und versuchen, sie alle zu töten, ist ein Vorhaben, das schnell nach hinten losgehen kann. Ja, sogar schon nach hinten losgegangen ist in gewisser Weise. Und trotzdem wird kein Stück von diesem simplen Feindbilddenken abgewichen und ein regelrechter Tunnelblick auf diese Keime und Mikroben gelegt. Eine Vorgehensweise, die vor allem auf Louis Pasteur zurückgeht, der als aktiver Forscher der Meinung war, Bakterien würden sich überall in der Luft aufhalten. So entstand auch die Vorstellung, Bakterien, Pilze und Viren würden wie Heuschreckenschwärme über Menschen und Tiere herfallen. Selbst einen Herzinfarkt wollte man und versucht man teilweise nach wie vor, einem Bakterium, dem Chlamydia pleunomia, anlasten. Bis dato hat das leider noch nicht so richtig geklappt, aber wer weiß, was noch kommt. Ein kleiner Tipp von mir, versucht es mal mit einem Virus. Könnte klappen. Bakterien fliegen natürlich nicht einfach so wie Heuschreckenschwärme durch die Luft und jagen Menschen. Sie leben nicht isoliert in der freien Atmosphäre. Sie kommen immer nur im Verbund von Zellen oder Gewebeteilen vor. Auch bei Bakterien und Pilzkulturen gehört immer ein Nährboden dazu. Erst die Umwelt lässt die Mikrobe gedeihen. Die Keime erzeugen also nie direkt Krankheiten. Die Mikrobe ist nichts, der Nährboden ist alles. Vielmehr ist es offenbar so, dass eine körperliche oder auch umweltbedingte Änderung oder Krise diese kleinen Viecher zum Wachsen bringen, indem entsprechende Bedingungen geschaffen werden. So können dann eigentlich harmlose Bakterien zu zum Beispiel Eiter erzeugenden Mikroorganismen mutieren. Schädigen wir unsere Atemschleimhäute durch Unterkühlung, dann kommen gesetzmäßig jene Bakterien zum Zug, die je nach Heftigkeit, Dauer der Unterkühlung und je nach Verfassung der betroffenen Personen die angreifenden Zellen abbauen und für eine vermehrte Absonderung wässriger und schleimiger Sekrete sorgen. So auch bei Luftverschmutzung, die gerade in China zum Beispiel für deutlich erhöhte Lungenerkrankungen sorgen. Ich kann da die chinesische Doku hier auf YouTube mit dem deutschen oder hat natürlich deutscher Untertitel und sie trägt den Titel Under the Dome und dort geht es eben genau darum, also um die Luftverschmutzung in China, die Auswirkungen auf die Lunge und die Gesundheit und im Allgemeinen, was das alles so hat. Kann ich nur empfehlen, ist eine gute Sache. Eine Missachtung der Umwelt oder anderen Einflüssen und diesen ganzen vielen anderen Faktoren ist bei so einer Seuche ja leider immer nicht der Fall. Also man sucht dort einfach nicht nach, sondern es ist das Bakterium fertig, PCR, bumm, Thema durch. Dieses Denkmodell, also eine Krankheit, ein Erreger, ein Wundermittel, kann nicht erfassen, weshalb so viele verschiedene Mikroorganismen stets vorhanden sind, ohne dass sie einen erkennbaren Schaden verursachen. Darunter sind auch brandgefährliche, wie der Tuberkulose, Bacillus, Streptokokken oder auch Staphylokokken. All diese machen aber im Normalfall eben nichts. Sie werden erst dann schädlich, wenn sie genügend Futter haben. Dieses Futter können Giftstoffe, bestimmte Stoffwechselprodukte, nicht korrekt verdaute Nahrung und alles mögliche sein. Also alles, was diese Viecher eben gerne fressen, was im Prinzip alles ist. Dennoch hingen auch so Leute wie Paul Ehrlich, der als Vater der Chemotherapie gilt, genau wie Robert Koch und eben Louis Pasteur, dieser Feindbildinterpretation an. Paul Ehrlich trug entscheidend dazu bei, dass dieses Ein-Feind-im-Körper-Denken so verbreitete oder dass sie das eben so verbreitet hat, da er versuchte, diese Mikroorganismen chemisch zu vernichten. Also mit gezielt entwickelten chemischen pharmazeutischen Erzeugnissen den jeweiligen Übeltäter gezielt eliminieren wollte. Eine Idee, die zu einem wahren Goldrausch wurde. Also wie groß und welchen Einfluss Pharmakonzerne heute haben, dürfte ja bekannt sein, auch wenn es der ein oder andere eventuell nur vermutet. Wie hat es dieser Medizinhistoriker Alan Brand von der Harvard Medical School noch so schön gesagt? Die Heilsversprechen, die man mit den Magic Bullets gab, wurden nie erfüllt. Mit den Magic Bullets sind hier die Wundermittel gemeint, also die einzelnen Präparate für die einzelnen Krankheiten nehmen. Also dieser hat nicht funktioniert. Das verzerrte Verständnis von so Mikroorganismen wie Bakterien, aber auch Pilze oder wie diese Mikroorganismen und Pilze funktionieren und auch welche Rolle sie spielen bei eben krankhaften Prozessen und so weiter, war entscheidend dafür, wie man die Einstellung zu diesen Viren prägte. Also wie man die Viren dann wahrgenommen hat. Also Ende des 19. Jahrhunderts, als sich diese Mikrobentheorie zur herrschenden Medizinlehre aufschwang, besaß man auch gar nicht die Möglichkeit, um Viren nachzuweisen. Viren sind nämlich nur, wenn man dieser Denkweise folgt, 20 bis 450 Nanometer groß. Damit sind sie um ein Vielfaches kleiner als zum Beispiel Bakterien. Sie sind so klein, dass man sie nur durch ein Elektronenmikroskop sehen kann. Das wurde aber eben erst im Jahr 1931 gebaut. Für Bakterien zum Beispiel reicht ein einfaches Lichtmikroskop völlig aus. Das gibt es irgendwie seit dem 17. Jahrhundert oder sowas. Der Ausdruck Virus stammt aus dem 19. Jahrhundert, also zu einer Zeit, als man diese Partikel noch gar nicht sehen konnte. Das Wort Virus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Gift. Dieses verwendete man, um organische Strukturen zu beschreiben, die kleiner als Bakterien waren und die man eben einfach nicht sehen konnte. Ganz nach dem Feindbilddenkmuster. Wenn keine Bakterie vorhanden ist, muss es ein anderer einzelner kleiner Erreger sein, den wir nur eben einfach noch nicht sehen können. Dass man diesem unbekannten Etwas dann eben das Wort Virus gab, also Gift, dürfte dann eben tatsächlich auf die Säftelehre zurückzuführen sein, wenn vielleicht auch nur als eine Art Holdigung oder ähnliches. Wie viele Ungereimtheiten sich bei der Theorie von den todbringenden Viren auftut, kann man sehr schön an dem Beispiel der Pockenepidemie sehen, das ja auch heute immer mal wieder ganz gerne als Beispiel herangezogen wird, um solchen Panik zu schüren. Doch man kann ja einfach mal fragen, ob es sich dabei wirklich um eine reine Virusepidemie handelt, welche dann erfolgreich mithilfe von Impfstoffen niedergeknüppelt wurde. Journalisten bezweifeln dies, so der berühmte Journalist Neil Miller in seinem Buch Impfstoffe, sind sie wirklich sicher und wirksam? Auch für das Scarlet Fieber und die Pest gab es keine Impfstoffe und trotzdem verschwanden auch diese Krankheiten wieder. Wenn man einen Blick auf England um das Jahr 1853 wirft, dann sieht man, dass es bis zur Einführung der Zwangsgesetze zur Impfung rund zwei Pockenfälle auf 10.000 Einwohner gab. Doch Anfang der 1870er, also knapp 20 Jahre nach Einführung des Impfzwangs, der eine 98%ige Durchrimpfrate hatte, waren es jährlich rund zehn Pockentodesfälle auf 10.000 Einwohner, also fünfmal so hoch. 1928 wurde dann schließlich im British Medical Journal eine Arbeit publiziert, die offenbarte, dass das Risiko, an Pocken zu sterben für diejenigen, die gegen Pocken geimpft worden waren, fünfmal so hoch war, wie für die Ungeimpften. Nun mal so nebenbei. In Deutschland wiederum kann man auf der Seite statista.com die Anzahl der Toten durch Pocken in Deutschland und Österreich je eine Million Einwohner in den Jahren 1866 bis 1899 einsehen. Ich habe in dieser Grafik hier Österreich einfach mal ausgegraut. Man sieht, dass die Zahl der Pockentoten 1889, 1870 gerade zu explodieren scheinen, nur um dann ein oder zwei Jahre später wieder in sich zusammenzufallen. Was war passiert? Der deutsch-französische Krieg von 1870 bis 1871 war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich einerseits und dem norddeutschen Bund unter der Führung Preußens sowie den ihm verbündeten süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg und eben noch ein paar anderen. Nach dem deutsch-dänischen Krieg 1864 und dem deutschen Krieg 1866 war dieser Konflikt mit Frankreich eben der dritte und letzte dieser deutschen Einigungskriege. Noch während seines Verlaufs traten Baden, Bayern, Württemberg und Hessen-Darmstadt dem norddeutschen Bund bei. Damit und mit der Verfassung vom 1. Januar 1871 entstand das deutsche Kaiserreich. In Frankreich hatte der Krieg zum Beispiel die Abschaffung der Monarchie zur Folge. Die übelsten und miserabelsten Lebensbedingungen und eine extremst schlechte Ernährung der französischen Kriegsgefangenen führte zu einer explosionsartigen Ausbreitung der Pocken unter den Kriegsgefangenen, obwohl deutsche und auch französische Soldaten im Rahmen der Impfprogramme ja dagegen geschützt sein sollten. Sie waren mit fast 100 Prozent alle durchgeimpft worden. Zum Teil war ja auch die deutsche Bevölkerung betroffen, obwohl auch sie zum Teil geimpft worden war. Als dann direkt nach dem Krieg die Lager wieder geöffnet wurden, ging auch die Zahl der Pockentoten markant zurück. Bereits drei Jahre später war der Ausbruch quasi schon wieder völlig vorbei. Also 1964 war schon nichts mehr zu sehen. Das ist das Jahr, in dem die Impfpflicht für Kinder eingeführt wurde, also das sogenannte Reichsimpfgesetz, das am 8. April 1864 erlassen wurde und am 1. April 1875 in Kraft trat. Also alles ist eben längst vorbei. Das ganze Thema war durch. Die Veränderung der hygienischen Bedingungen werden in der Impfforschung überhaupt nicht berücksichtigt. Eine Krankheit, ein Erreger, ein Wundermittel, eine Impfung. Dabei hat sich der Hygienestatus in Städten ebenfalls massiv verbessert in dieser Zeit. Nicht überall im selben Maße leider natürlich, aber eben und auch mal mit kleineren oder größeren Rückschlägen durchaus. Aber die entablierte Virusforschung und Medizin geht ungeachtet dessen davon aus, dass es sich bei Viren um krankmachende und infektiöse Keime und Partikel handelt. Viren sind die gefährlichsten Killer der Welt, sozusagen. So kann man das auch immer mal wieder ganz gerne hören und lesen. So viel Simples und Einfaches auch in diesem Denkmuster liegen mag, kann man doch nicht um die Frage herumkommen, ob solche Aussagen auch wissenschaftlich haltbar sind oder was man überhaupt ist. Dafür müsste man natürlich, logisch, die Existenz dieser sogenannten Killer-Viren beweisen. Doch schon da fangen die Probleme an. Noch nie wurde, was der eindeutig sauberste Nachweis wäre, das Blut oder eine andere Gewebeprobe eines Patienten genommen, also wurde dem Patienten entnommen und direkt aus dieser Probe dann eines dieser Viren mit seinem gesamten Erbsubstanz, also dem Genom und der Virushülle in gereinigter Form isoliert, anschließend mit einem Elektronenmikroskop aufgenommen und eben veröffentlicht. Noch nie. Nicht bei H5N1, also der Vogelgrippe, nicht das sogenannte Hepatitis C-Virus, nicht bei SARS, ja nicht einmal bei HIV, sowie bei vielen anderen dieser Partikel, die wir nie Virus nennen, eben auch nicht. Wie aber kommt es dann, dass permanent behauptet wird, dass dies oder jenes Virus existiert und das Potenzial hat, über eine Infektion, also eine Ansteckung, eine Krankheit auszulösen? Der einzige Grund ist, dass man irgendwann in der etablierten Viruswissenschaft angefangen hat, keine direkten Naturbeobachtungen mehr zu machen, sondern sich stattdessen auf indirekte Nachweisverfahren stützt, wie zum Beispiel eben diese PCR- oder eben auch Antikörpertests. Auf diese Tests komme ich in einem anderen Video bestimmt nochmal zu sprechen oder ein bisschen genauer zu sprechen. Für heute soll es hier erstmal sein, aber kurz vielleicht. Also die Ergebnisse dieser Methoden können getrost und ohne schlechtes Gewissen für sich alleine genommen als wenig bis gar nicht aussagekräftig bezeichnet werden. Antikörpertests zum Beispiel weisen eben nur Antikörper nach und nicht das Virus selbst, auf den der Antikörpertest angeblich reagieren soll. Nichts anderes bei der PCR also auch, also dieser Polymerasen-Kettenreaktion. Mit der Methode lassen sich genetische Sequenzen, also kleine genetische Schnipsel, aufspüren und dann millionenfach oder milliardenfach vermehren. Bei dem Antikörpertest, so hat, oder wie bei dem Antikörpertest, so hat auch der PCR wohl eher seine Bedeutung darin, dass dieses eine Art von Immunreaktion des Körpers anzeigt oder etwas neutraler irgendeine Art Aktivität oder Störung auf Zellebene anzeigt. Das tut quasi dieser PCR-Test. Warum, werdet ihr gleich vielleicht noch verstehen. Ein Virus, dessen Charakteristika nicht zuvor vollständig bestimmt und bekannt ist, kann weder mit einer PCR noch mit einem Antikörpertest nachgewiesen werden, wie selbst Robert Gallo 2007 vor Gericht eingestand. Denn auch diese kurzen DNA- oder RNA-Stückchen genügen meist nicht der Definition eines Gens, muss man halt mal so sagen. Trotzdem wird weiterhin und derzeit vermehrt behauptet, dass diese zusammengebastelte Form die ganze Erbsubstanz eines bestimmten Virus abbilden würde. Doch leider präsentiert niemand eine Arbeit, die eine nachweisliche Elektronenmikroskopaufnahme von einem dieser nachgebildeten Viruspartikel zeigt. Gibt's einfach nicht. Selbst wenn man davon ausgeht, dass diese im Labor ausfindig gemachten und zusammengebastelten genetischen Sequenzen, also Nukleinsäuren, des besagten Virus sind, ist damit noch lange keine Ursache Wirkung nachgewiesen und auch keinen Nachweis erbracht. Nicht zuletzt auch, weil sich die meisten, die positiv auf ein bestimmtes Virus getestet werden, nicht einmal krank werden. Also die meisten haben gar nicht einmal Symptome. Also gegen diese Annahme spricht einiges. Denn die als Virus bezeichneten Partikel stammen aus solchen Zellkulturen, deren Partikel genetisch entartet sein können. Immerhin werden sie mit chemischen Zusätzen wie Wachstumsfaktoren oder stark oxidierenden Substanzen regelrecht bombardiert. Eine Studie aus dem Jahr 2017 zeigt dies sehr gut anhand der schon erwähnten Antibiotika. Für viele Forscher ist klar, wie wenig das Verhalten gezüchteter Virenstämme in Brutkastenzellen mit den natürlichen gewachsenen Virenvölkern im Netzwerk von Hormonen, Antikörpern, Fress- und T-Zellen des Immunsystems in einem lebenden Menschen und vielen anderen Faktoren zu tun hat. Für jemanden, der auf dem besten Wege ist, Karriere als Laborforscher für Infektionskrankheiten und Immunologie zu machen oder diese gar schon gemacht hat, für den sind das wahrscheinlich ketzerisch klingende Worte. Wer diesen Leuten zuhört und ihren tollen Grafiken und Animationen folgt, mag eine gewisse spannende Empfindung verspüren. Wenn sie in tollen Worten und mit tollen Bildern untermalt etwas von den Details einer chemischen Struktur von RNA, Erbmaterial, von Viren oder eben Phagen erzählen und so weiter und so fort. Oder wenn man toll inszenierte Einblicke in die Produktion von Antikörpertests bekommt, die typisch sind für die biologische Forschung von heute. Aber die moderne Grundlagenforschung in der Medizin hat kaum eine direkte Bedeutung für die Prävention von Krankheiten oder die Verbesserung der medizinischen Versorgung. Auch wenn die moderne Medizin dieses Thema meidet, wie der Teufel das Weihwasser. Lieber versucht man durch äußerst obskure Experimente die krankmachende Wirkung, also die Pathogenität zu demonstrieren. Dabei werden die Testsubstrate, die meist einfach erzeugte Flüssigkeitsgemische von toten Zellen eines oder mehreren Erkrankter sind, direkt in irgendwelche Organe injiziert. Das Gehirn ist zum Beispiel ganz vorne mit dabei. So ist man zum Beispiel auch bei BSE oder auch bei Polio vorgegangen. Auch die Tollwut-Experimente von Louis Pasteur wurden so veranstaltet. Er hat Gehirngewebe von erkrankten Tieren genommen und dies in die Schädel von Hunden injiziert. Was soll dabei schon passieren? Das ist natürlich nicht so. Darüber hinaus besteht auch weiterhin die begründete Annahme, dass das, was man Virus nennt, ein Symptom, also eine Folge einer Krankheit ist. Also dass der Körper von sich heraus mit dieser Partikelproduktion, die wir dann eben Virus nennen, beginnen kann. In der Fachwelt ist das auch an sich bekannt, denn es gibt sogenannte endogene Viren, also sich im Inneren des Körpers bildende Partikel. Einen Meilenstein in diesem Kontext stellt die Arbeit der Genetikerin Barbara McClintock dar, die 1983 in ihrer Nobelpreisarbeit berichtete, dass sich das Erbgut von Lebewesen ständig verändert und zwar dadurch, dass es von Schocks getroffen wird. Diese Schocks können Gifte oder andere äußere Einflüsse sein, aber auch Stoffe, die im Reagenzglas Stress für die Zellen erzeugen. Dieses wiederum kann dazu führen, dass sich neue Gensequenzen bilden, die zuvor nicht nachweisbar waren. Es gibt also einen deutlichen Unterschied zwischen in vivo und in vitro. Angenommen, man nimmt immunsuppressive Medikamente wie Antibiotika oder im Falle von Corona 2020 Virustatica, also ein Immunsuppressivum, dann lösen diese oxigativen Stress aus. Das heißt, das Blut wird in seiner Fähigkeit behindert, den für das Überleben der Zellen so wichtigen Sauerstoff zu transportieren. Gleichzeitig werden dadurch Stickoxide produziert, die die Zellen schwer schädigen können. Durch diese Schädigung kommt die Antikörperproduktion in Fahrt, weshalb diese Antikörpertests auch positiv anschlagen. Zum anderen entstehen dadurch neue genetische Sequenzen, die dann von der PCR oder von diesen PCR-Tests sediktiert werden. Und bei all dem war noch nicht ein von außen eingedrungener Virus daran beteiligt. Viren verfügen im Gegensatz zu Bakterien oder Pilzen nicht einmal über einen eigenen Stoffwechsel. Per Definition haben Viren ihren Stoffwechsel an die Wirtszelle abgegeben. Die entscheidenden Merkmale eines Lebewesens fehlen diesen Viren also schon einmal. Damit gehören sie streng genommen nicht einmal zu den Mikroben. Da das Wort aus dem Griechischen kommt. Mikro, klein, wie aus Leben. Also das bedeutet im Prinzip kleines Leben. Viren, also die Partikel, sind genau wie Bakterien überall vorhanden. Man findet sie in der Tiefsee, im Polarkreis und an allen möglichen extremen Orten und unter allen möglichen extremen Situationen. Aber auch in dem eigenen Garten. Ein Liter Meerwasser beherbergt ca. 10 Milliarden Bakterophagen, also Viren von sehr kleinen Organismen wie einzelnen Algen oder ähnliches. Das sind zehnmal mehr Viren als es Bakterien als Bakterien vorhanden sind. Es sollte klar sein, dass diese Partikel einfach überall sind in mannigfaltiger Form. Aber nicht in der Luft. Man braucht halt einen Nährboden. Zum Glück haben das die etablierten Virusforscher wohl noch nicht so richtig realisiert. Sonst würde die Bundesregierung beraten vom RKI, wo das Baden verbieten oder versuchen das Wasser großflächig zu desinfizieren oder ähnliches. Es gab aber auch etliche bedeutende, etliche bedeutende Mikrobiologen, die darauf beharrten, dass Bakteriophagen eben keine Viren seien, sondern Produkte, die endogen, also von Bakterien erzeugt würden. In dem Buch Handbuch der Virusforschung kann ebenfalls der Gedanke verfolgt werden, dass auch andere Viren, normale Viren das Produkt von Zellen sind. In diesem ganzen Bereich fehlt viel mehr Grundladenforschung. Doch das wird eben einfach nicht getan. Also wie auch immer. Ich hoffe, das soll jetzt erstmal reichen. Ich hoffe, man konnte ein wenig einen kleinen Überblick über die Fragestellung und die Entwicklung in dieser ganzen Geschichte bekommen. Ja, das soll aber jetzt auch erstmal reichen. Also ich hoffe, ihr wisst Bescheid.